Musik Ich stehe hier an der Geothermiezentrale der Stadtwerke München in Freiham. Hier wird Wärme aus 3000 Meter Tiefe gewonnen, gespeichert und danach in die Fernwärme der Stadtwerke München eingespeist. Somit können die Haushalte im Projektgebiet Neuabing und Westkreuz mit bis zu 100% CO2-neutraler Energie versorgt werden. Musik Zur neutralen Energieversorgung gehört aber nicht nur Wärme auf der einen Seite, sondern auch Stromversorgung auf der anderen Seite. Im Projekt SmarterTogether werden im Projektgebiet Neuabing und Westkreuz Photovoltaikanlagen gefördert. Der so gewonnene Sonnenstrom kann direkt in den Haushalten und in Schulen gebraucht werden. Wird aber mehr Strom produziert, als eigentlich verbraucht wird, kann er hier in den Batteriespeicher der Stadtwerke München eingespeist werden. Über das virtuelle Kraftwerk kann dann dieser Strom in sonnenarmen Zeiten zur Verfügung gestellt werden. Energie aus regenerativen Quellen zu nutzen ist schon mal sehr gut. Noch besser ist es natürlich, wenn man Energie gar nicht erst verbraucht. Um dieses Ziel zu erreichen, stellt die Stadt München im Rahmen des Projektes SmarterTogether in Neuabing und Westkreuz Fördergelder zur Verfügung für die Durchführung von energetischen Maßnahmen an Gebäuden. Ein Eigentümer weiß am Anfang vielleicht auch gar nicht, wie sowas geht. Deshalb gibt es die Möglichkeit, dass interessierte Bauherren und Eigentümer zu uns in das Stadtteillabor in der Liemestrasse 111 kommen und sich dort beraten lassen. Sie können dort erfahren, welche technischen Maßnahmen für ihr spezielles Vorhaben möglich sind, welche Förderungen sie in Anspruch nehmen können und wie der gesamte Prozess vonstatten gehen kann. Insbesondere bei Wohnungseigentümergemeinschaften ist es immer nicht ganz einfach, alle unter einen Hut zu bekommen. Auch hier können wir helfend unterstützen und können den gesamten Prozess von Anfang bis zum Ende moderieren. Regenerative Energie zu erzeugen und Energie einzusparen ist die eine Seite. Wir unterstützen Bürgerinnen und Bürger aber auch dabei ein Bewusstsein zu erzeugen, dass sie selber Energie einsparen können. Dafür stellen wir 400 Smart Home Boxen zur Verfügung. Eine Smart Home Box ist ein kleines, handflächengroßes Gerät, welches im Raum Temperatur und Luftfeuchtigkeit misst. Die Werte werden täglich erfasst und gespeichert. So kann man sein Wohnklima über Wochen und Monate in der App verfolgen. Dabei gibt die App immer wieder aktuelle Hinweise. Zum einen geht es darum, Energie einzusparen. Zum anderen geht es aber auch darum, das Wohnklima zu verbessern. So schont die Smart Home Box nicht nur den Geldbeutel, sondern hilft auch dabei, ein Wohlfühlklima in den eigenen vier Wänden herzustellen. Bis zum nächsten Mal.